Welcher See ist das überhaupt, Christiane? Das ist das Meer. Das ist das Meer. Ja, okay, ich war noch nie in Georgien, deswegen schreibe ich ja diese Gedichte, um mir das vorzustellen, wie das dort gewesen ist. Welches Meer? Das schwarze Meer. Wenn es da ist, ist es da. Das Rauschen, der Karrauschen, wenn er da ist, ist er da. Der perfekte Flow, das Rauschen, der Karrauschen, die Rinde, die Ringe, Low, das Mist an den Radio. Die Gewinde der Winde, wenn sie da sind, sind sie da.